Hallo, ich bin Chiara von Ziemann-Halfreka und ich bin heute zu Besuch bei Faust. Wir sind jetzt richtig im Deck dringend. Hier gibt es schöne alte Fässer, aber jetzt gehen wir zu den modernen Hightech-Tanks. Warum ich mich so für Tanks interessiere? Wir haben die Tanks hergestellt und jetzt stehe ich da drauf. Modernste Technik aus dem Hause Ziemann-Halfreka. Hier ist alles ein bisschen verwinkelt und verschachtelt, aber das hat doch seinen ganz besonderen Charme. Und den kompletten Film seht ihr bald.